Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer ganz kurzen Info für alle, die vor ein paar Tagen das 500 Abonnenten Special mitgezockt haben. Es gab ein Problem beim Hochladen des Livestreams nachträglich. Seit eben habe ich das Problem irgendwie lösen können. Ich weiß zwar nicht warum, auf jeden Fall ist der 500 Abonnenten Special Livestream jetzt komplett live auf meinem Kanal. Ihr könnt euch den quasi jetzt komplett reinziehen, weil ich weiß, dass einige Abonnenten sich gerne die Szenen, wo sie selber dabei sind, nochmal reinziehen wollen. Das war es an dieser Stelle schon von mir. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich nochmal den Livestream reinzieht, zumindest so ein bisschen ein paar Kommentare da lässt. Das war es von mir. Schönen Sonntag. Adieu.